Willkommen mein liebes Bowling Universum. Ich begrüße euch zum Blog Nummer 82. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Und heute geht's auf die Dreamboat Palace. Das erste Mal nach zwei Monaten wieder. Und nicht alleine, sondern es gibt Schlag, wenn ihr erwähnt, Teil 4, Gigaparty. Also zwei einsteh zur Party momentan. Und jetzt geht's erst mal auf die Dreamboat Palace. Gigaparty. Acht Bälle kommen folgendermaßen mit. UC3, UC2, Blue Coral Venom, Pitch Black, Black Venom, Idol Cosmos, IQ2 und der Phase 2. Und dann anschließend natürlich, ich weiß nicht genau wie viele Spiele wir sehen werden, mindestens sechs. Und dann gibt's natürlich hinterher nochmal die Strike Derby. Der Court liegt bei acht Strikes, hoffentlich kann ich ihn überwiegen. Aber ich war schon ewig nicht mehr auf der Bowlingbahn. Den ganzen August war ich genau dreimal auf der Bahn. Und jetzt haben wir auf den 5. September übrigens. Dann würde ich sagen, lasst uns nicht zu viel Zeit verlieren. Bis gleich auf der Bowlingbahn. Tschüss, bis dann. So, auf der Bowlingbahn angekommen. 15, 16. Also ich habe den anderen Klatschen geblieben. Sehr gut, deswegen muss ich eine andere Sorte. Der ist schon wieder. Der spinnt. So, Bälle sind alle schon drauf. Patti ist auch schon da? Mhm. So, erster Wurf. Wahrscheinlich wird's richtig scheiß drauf werden. Fertig, zwei. Das ist wutschig wie Sau. Das ist weiter nach links, ey. Oder halt nach links gehen, geht auf. Von, ich sehe auf. Neue, fünf... Ich sehe auf. Säk! 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 Zäk! Schäk! Säk! Däk! Säk! Schäk! Der ist sauber. So, das erste Spiel geht los, jetzt machen wir jetzt einen Daugrund. Pussi ist Bauchy. Genau, ich fang an. Kann man auch fang an, wenn ich was. Der ist, ähm, der Fleckweiter-Lytho kommt, würde ich sagen. Schau mal. Scheiße. Schau mal. Wir sehen uns beim nächsten 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 Mal. Ja. Jetzt noch. Ja. 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 Das war so. Auf Ahnen habe ich schon gekauft. Egal. Scheiße. Ein mehr. Eigentlich musste ich einen abziehen bei mir. Doch, aber abziehen wir noch ab. Ich weiß, was der hier aussieht. Schön, aber. Der hat sich auch nicht mehr geklappt. Eieieiei. Ich weiß nicht, jetzt sind meine Mitarbeiter. Ich hab doch hier auf. Ich kann das nicht mehr ausziehen, aber ich habe es nele. Ich kann das nicht mehr ausziehen. Ich kann das nicht mehr ausziehen. Ich muss das nicht mehr ausziehen. Ich kann das nicht mehr ausziehen. Das ist nicht mehr aus. Da darfst du auch nicht jetzt. So weit raus darfst du auch nicht. Ja, geht auch nicht. So, jetzt hast du den Weg gefunden. Von außen rein. Oh, okay. Oh, no. Beide machen. Der nächste. Hey! Genau so war er geplant. Ja, aber er ist so weglaufen. Hey! Genau so war er geplant. Der andere Ball. Oh, Gott. Nur einen Scheiß auch noch. Zu weit. Jetzt bleibt. Jetzt ist er gleichgebracht. Der war schon mal ausgegeben. Der war schon mal aufgegeben. Der war schon mal aber auch gut. Hey! Hey! Das ist der erste Haus, weil bei mir ein Ausversehender wird, sonst nur streichst du. Ach so, kannst ja nochmal. Also nochmal einen anderen Ball. Oh, glücklich. Aber ich bin ja schön dabei. Was, der ist 154, naja. Ja, ich bin immer noch im vorderen Bereich, da bin ich nur noch. Muss ich halt abhaken, das Scheißpiel. So, wir müssen noch kurz was löschen von der Kamera. Hätte ich auch nichts dagegen. Ich hab ja genug Spiele, die ihr zeigen könnt. Gut, ein wirklich schlechtes Spiel geht zu Ende. 154 zu 145, das muss besser werden. Bis gleich zum dritten Spiel. So, heute noch ein Messer, jetzt sind wir Spiele. Ja, echt so. Gut, ich bleib beim Bluforral erstmal. Mal schauen, wie es dann bei der Mitte rein geht. Ich hab wieder weggerutscht. Hey, headstrike. Wow. Und auch ich, auf Bahn 16, Rubicon, hier ist die Tür. Aber links, glaub ich, hab da einfacheres Streiks. Oh Gott. Wie kommen Sie scharf zurück? Das ist doch kein Bowling mehr. Würdest du mir eine Schorkassen oder was? Ja. Oh, oh. Hoi. Ja. Ja. Also eigentlich über 2, 18 oder 2, 10, irgendwie so. Einiges, geht doch. Linienberg geht's. Kannst du mich in den Meer kleppen. Scheiße. Die Reppen wieder weg. Aber hab ich euch schon nicht gehabt. Der ist noch nicht, aber der ist machbar. Der geht ja. Ist sauber. Vielleicht ein Druck aufgebaut, oder? Ja klar. Das ist kein Thema. Das ist kein Problem. Kein Problem. Das geht dann mal schön. Das ist glaube ich der erste Schritt. Der ist wirklich schön. Nice one. Ist doch schlimm. Ups. Strike. Na toll. Jetzt hab ich nicht drauf gezahlt. Die hauen irgendwie rum. Rund. Die Maschine war nicht mal unten. Ich hab keine Ahnung. Die Maschine, glaub ich, hast du umgefallen. Nein, die Maschine war doch nicht unten. Nee. Deswegen weiß ich's auch nicht genau. Ich hab das nur gehört. Aber vielleicht um, dann kommt es. Aber gelang geht erst die Maschine ran. Ja. Ja. Halt auf jetzt. Du musst nicht sehen. Der erste Strike ist nicht lange. Ja. Weiter so. Weiter so. Oh, 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 oh. Ha? Ui. Alles gut, du hast einen Strike im Rücken. Ein Euro. Ja. Ja. Toi. Dass er da gar nicht mehr reagiert. Ja. Ah, nüchtern Ernst. Den kennen wir doch irgendwoher. Ja, fünfmal heute. Was? Ich trage schon mal die 2-2-1. Ja, echt so. Ha, 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 ha. Ich wollte voll nur sagen, nehm werden im Schock. Aber ich wollte tipplich gehen. Boah, bist du gemein. Ich hoffe, ich bist. Und da ist uns das auch nicht klappen. Nein, der ist gut. Ich glaub mir. Mit der Ölung müsste er super laufen eigentlich. Was sag ich, du? Da ist noch zwei. Ja. Boah. Eieiei. Der zählt aber weg. Der ist jetzt. Also bei Brandi da drüben stand aber 0% Splitz. Bei mir ist jetzt 50% Splitz. Ja, bei ihm stand es da drüben. Ja, aber stimmt nicht. Ja. Ja. Jetzt hab ich auch. 30-10 heute schon. Komm, 200 gehen noch. 200 gehen noch. Yes. Gut, dann machen wir jetzt noch eins vor der kleinen Pause. Also ab. Sind wir uns gleich wieder beim vierten Spiel. Guter Holz. Gut. 102 Pins bin ich voll. Danke, dass du es mir nochmals sagst. Kann sich alles mal einladen. Ich sag's ja nur, gerade stand jetzt. Ich hab' den Zähne. Ja. 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 Das ist scheiße, wenn er auch so vorm Külsigdrehen geht, das ist so ärgerlich. Ich hab mich so weit rausgedreht. Ich wollte gerade sagen, den Rollenball habe ich bis jetzt noch nicht aufgebraucht. Stimmt. Einmal glaube ich erst. Da hast du ja getroffen. Ja, 2-0. Da stehe ich warm heute. Die ist echt anders. Oh, okay. Oh, oh. Warte. Mit dem Fall war ich nicht mehr Kanzler. Das wird schon dreimal am Kürbchen. Stimmt auch wieder. Passt du weg. Hört schon gut aus. Nee. Hä? Oho. Hast du schon angezeigt? Ja, ja. Das hört's los. Endlich war's schöner. Ja. Ich mach auf. Okay. Nee. Ich weiß nicht, ob du fachst. Hoi, messenger. Nö. Jetzt bin ich drauf geblieben. Ja, doch dann zwei Paaren. Was willst du? Komm an, Rui. Hau ab. Boah. Nein, da müssen wir schon über. Ja, f*** dich doch. Ey. Schlack ins Gesicht. Ja. Dreifacher also. Ja, da kann er gleich gewusst. Der Ball ist noch nicht mal rangekommen. Eigentlich würde ich auf dem Video machen, dass du was Gutes drauf bist. Ja, du. Wenn's, stell dir mal vor, es wär kein Schreck geworden, dann wär's peinlich gewesen. Bestimmt. Wenn Helles auf den Boden fallen müssen weinen. Brooklyn. Ich dachte eher, da ist ein linker Strike. Wow. Hey, was ist jetzt los? So. Ich muss ausstriken. Jetzt hast du im Abgelenk mit Lachen. Jetzt warten. Norddeutscher Rundfunk Wir kommen da hin und machen einigermaßen Geräte. Sag ich noch. Was sagst du? 106. Okay. Gut. Erstes Spiel gewonnen. Du hast vielleicht den Kampf gewonnen, aber nicht den Krieg. Gut, es gibt eine Einspielpause. Nur eins. Ja, aber wir schaffen nicht so viele. Dann machen wir noch vier und dann gibt's die Strike Derby. Einspielpause, bis gleich. Zum fünften. Ne, zum sechsten dann. Gut. 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 Die Kamera war jetzt aus einem Spiel. Da sehen wir 171. Ganz scheiße von mir. Und siehe da. Und siehe da. Party ohne Kamera. Sie haben jetzt gespielt mit 228. Jetzt sind es genau 40 Pins, die uns trennen. Ich gehe davon aus, dass wir maximal vier Spiele schaffen, bevor das Strike Derby ist. Eventuell fünf. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir vier. Das sind also die letzte Spiele, die wir sehen werden. Also bis gleich. So. Ich bin nur noch auseinander. Hallo Kamera. Ich mache jetzt einen Strike. Ja, wie gut. Ich krieg' eine Dumme auf die Bahn. Am Hund. Hopp. Die letzten Jahre wird gelogen. Ich bin nicht gelogen. Skinny Jeans. Pitch Black. Ich bin nur noch nicht so skinny aus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tollos. So kenne ich dich nicht. Doch, ich habe ihn heute noch gar nicht geräumt. Gleichgewicht. So wird's gemacht. Ich dachte, siebenzehn an meinem Anfang. Ich sag das noch nicht, aber der ist natürlich. Wohin, ey? Ja, in Götter. Ich sag das noch nicht. Ich sag das noch nicht. So, nur noch vier zum Pinz vorne, drei Spiele schaffen wir noch und dann halt ich es weiter. Zwei, zwei, drei und. Zwei, zwei, drei und. Zwei, zwei, drei und. Hier geht es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Weil, warum? Ja, jetzt. Ja, jetzt. Du hast ihn auch geboten. Ja, jetzt. Warum? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020